an Hallöchen und herzlich willkommen zu der abdruckte zu der ersten Folge in der Form die Städte klärt wird er ist und jetzt wird hier glaube ich hier durch wahrscheinlich ein Hallöchen Hallöchen er hat er geschätzt und natürlich viele dabei er hat da immer immer wieder gerne ich habe mir also kommen ja es lohnt sich für mich nicht bekommen ja ich bin so ein großer Star und ich bekomme pro Folge bekomme ich an 500 Franken die Art überraschung ich habe die ja Schitzel wo fisch ist ich habe letztes Mal ein Zombie übrigens eine Krone abgeknöpft also ist bei mir wie eine Krone textwert Zeichen wollten aber ich sie wieder meinen Diamant sagt man weiß es auch zwischen hier irgendwo raus wahrscheinlich es ist ein Schatten lang nicht in die Stimme der Kennern wäre es freist scheint nicht in Schatten dran also ich habe die Kisten die ja gefunden die brauchen wir viel Prozent wo bist du durchgeholt ich frage darf ich bin hier Ich habe übrigens die Dynamic Lights Mod nicht mehr drin Yay, endlich Endlich muss der auch Fackeln sitzen. Ich bin ganz weit hoch Ich weiß nicht, ob wir hoch sollen Wie bist du hochgekommen? Äh, Jumpscare Ne, echt hoch Überall Lauf halt ein bisschen rum, lern die Leute kennen Fuck Ich bin auch und hey, komm da Komm da, komm da, du Noob Da Boa, komm Zierruhe Nicht scheißen, bitte nicht schießen Genau Äh, hallo hoch Och, hey, ich komme nicht aus dem Wasser Und so Fieber Wenn ich auch jetzt Inmeldung, da, wo ich sein möchte da hast natürlich auch einen Block über dem Kopf kluger wie bist du da hochgekommen ah ok hast gleiches Weg genommen wie ein Bro ähm jetzt ich geh mal hier ach da kann man klettern ähm aber wahr darf man die Weins benutzen ja ich glaub weil man darf sie auch wegschlagen also wenn man sie wegschlagen kann ich weiß nicht ob man sie dann benutzen sollte ach ich glaub ich weiß was ihr habt kein bisschen Schimmer was hingeht aber irgendwie das ist nicht verarschend da kann man sie ja irgendwo hoch also komm ich geh mal ein bisschen zurück ich probiere hier noch um ich weiß nicht mehr wie es weitergeht Leute also ich weiß nicht irgendwie gar nichts ja äh und ich wollte mich von Rottenflash ernähren oder ich hab noch gutes Essen nicht nicht so vergangene Zeug so geht hier durch hier ist nichts glaube ich wie sie sehen sehen sie nix genau diese Prozent so wir sehen sie geht nicht ein Tassen hundes von aber das von leider keine Hunde das ein paar Tage die Dich ich habe an den Weg genutzt 3 er hat das Volk im Begabend er müsste hoch da ich mich nicht hier steht wie sie sehen in da decken wir sie einfach manchmal nur so Prozent sonst kommt hier rüber jetzt ich hab das nicht hier durch es ist halt eine ja ich hab's glaube ich zwar mal in Chemie hat irgendwie und versuchts oder so nicht ganz geklappt denn da habe ich so gesagt wie sie sehen sie sehen sich nicht er hier hoch so sagt da geht es gar nicht da kann man gar nicht hoch n nirgendwo ist nicht so gut ich glaube ich habe einen Weg gefunden Nuno bis zu hoch hey ich bin ja in was ist nicht bestehen oder Prozent Hennig bist du da ich darf mich auch zu scheißen abschließt alter Prozent hat man nicht ab also kommen wir sind da hinten rum die Bündung veröffentlichen also kommt ich bin hier hoch Prozent Prozent Jürgen 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 zu ihm die hochkommt da haben wir wollen sie genauer sind und er hat gekostet kommt die kommt zu mir kommt zu mir und wenn du kein Spiel kommt ich bin hier oben an bei den Nürnberg um die Jahrhundert und dann gibt es aber ich habe einen Weg gefunden der eventuell unter Umständen wenn ist wenn es ja ich habe nur ganz kurz an der Weiden müssen ersetzen müssen ersetzen und kommen jetzt hier irgendwo Herr um es zu schaffst du es hier musst du die Weintruch schafft er soll er schafft das nicht jetzt mal jetzt noch mehr kommt diese Weintruch hoch hier hochkommt zu dir ja und jetzt das Fieber des Spiels und Bruch Bordstich die Doofmann hier komm rüber warte aber kann man gut gehen denn hier dann hier dann dieser Buch gelaufen wo schädigte und gefallen die Bedeutung auf Wack jetzt muss ich das zurücklaufen die aber das einleitend Schampagne ja eben da habe ich gerade fisch kackt Fischkacken das ist der Kaktier so wir sind auch so lustig Prozent ich bin durch ja nicht nur untergefallen ich bin nicht durch noch nicht aber ich will durchgehen so jetzt weiß ich wohl wie du bitten n Fischkacken wenn es nicht falsch machen ich habe kein Blasen was in den Bild so ich glaube ich bin ich will dort wo wir vorher beide waren ja genau dort bin ich jetzt hier hoch aber das nicht und in den Plan muss durchgehen oder doch so ein bisschen ich bin schon voll weit eben und es sind so ich finde nicht wie sie sehen finde ich nichts so jetzt gehen wir hier durch er kommt doch wo bist du da kommen über Pinguin jetzt würde ich sagen hier willst du dort durchgehen nicht zurück nicht zurück jetzt da eben Null die gibt es nicht und doch fahrt und sollte das Leben immer dahinten jetzt ganz weit aber das Bekurschen wir auch nirgends hin wo geht es ganz weit Nusser Hinten wir suchen jeder sucht selber 9 Nein So mal gucken ob es irgendwo durchgeht Auf einem Pixel bin ich da aufgestanden dieses Spiel verfordert zu viel Nerven Ähm geht es hier durch? Nein 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 Scheiße das Spiel Halt du auch ein guter Nein Nein Okay nein Hören wir auf mit Pussy Mold jetzt Okay für ein Mädchen diskriminieren Hinten die Europäische und mit Mädchen mit einem Mädchen diskriminieren Mädchen sind Hade Gerne bis noch oben irgendwo Nein Nö also ich bin nicht mehr um also ich hört auf mit dem Gefängnis nichts zu aushalten so viel Ah jetzt ich bin hier durch hier geht nicht weiter wie sie sehen wie sie sehen sehen sie nicht Arschiedschen hier unten gefallen ich will nicht das ist echt schwierig hier so Freude Maschleger 8 Senior Player 8 ja der das Wasser Nuller von dem Mann wie sie sehen sie nichts Hä wie bin ich die hochgekommen komm mal zu mir denn wie sie sehen sehen sie nichts ja ich hä aber was ist das ist überhaupt unser Ziel zu ja man hat durch den Spielen um jetzt mal gucken wo es durchgeht als ein Blasen Schimmer wusste ich gehen könnte mal gucken ich will mich nicht weißt wo ich bin ne ich habe es nicht geplant nach aber auch ein paar Beobacht ab der Beobacht und dort Prozent die Gäste ist nicht weiter das ist ja ich heiße hier Halle sie schafft und fällt er sind wir und zuschauen sind alle den Weg gefunden in den sieben die sind du ich habe es hat er was gibt ein auch ich mache Fakten haben sie in die Wand gepackt auch ich bin am Ort an dem du nicht bist doch da war ich auch schon er aber hier und dann nirgends er bleibt und stellt hier oben dann dort ich ernähre mich jetzt wieso fahrt es durch weil ich bin dort untergefallen dann kommst du wieder hoch wie jeder anständige Bürger jeder anständige Bürger wie jeder anständige Bürger ins Geiden Prozent du gehst da runter und Potteln nehmen mehr er auf ich kann ja aber nicht mehr warten ich sterbe hier Mann dann stirbst du das ist mein Ziel nee sorry aber nee hör auf mit dem Potteln das ist scheiße an und und das ist ein nicht durchschnittlich manchmal aber ich bin noch müde wo ist die du ich er wollen wir mal nicht die Folge zu Ende Prozent in drei Minuten und dann würde ich jetzt sagen weil wir so gut sind machen wir jetzt drei Minuten ne, nach drei Minuten jetzt natürlich wie immer eine Unterbrechung und dann gehen wir beide kurz offline, offscreen im Creative Mode den Ausgang suchen. Ja. Und gehen dann aber zurück oder sind wir dann dort? Ja, komm, wir suchen jetzt noch in die drei Minuten und dann Wenn wir nicht fündig werden, dann werden wir im Creative. Ja. Ich hab was gefunden. Komm, komm zu mir. Komm, spring runter. Komm runter. Und da, klettern an den Weinsbruch. Ich hab keine Leben, Mann. Das ist nicht mein Problem. Jetzt, hier, man schon mal, da. Oben ist, glaube ich, was. Wo? Da drüben. Ach, dort Kiste. Wo? Wo ist die Kiste? Ich hab sie. Ey, was war drin? Zwei Dias, ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold. Ja, okay. Ich glaub eh nicht, dass wir wieder mal auf den Markt stoßen werden. Okay, jetzt sind wir so weit. Also wir haben jetzt nicht gecuttet. Nee, noch nicht. Noch nicht. Fuck. Ich will. Nein, nein, nein. Ey. Ja, aber, sorry, wenn wir nicht cheaten, aber ich meine, es ist auch langweilig für euch zuschauen. Geh mal da weg, aus mir raus. Das kann man sich ja nicht mal konzentrieren. Mami, da ist ein Pinguin in mir drin. Hey, ich bin hier drüben. Hä, wie kommt man? Hm? Ich muss nicht aus der Art werden. Ich muss da nicht rauskommen, oder? War, ich bin hier gefangen, Mann. Hä? Oh, ich. Ach, ein Schalter. Wo? Wäre schön. Shit. Nee, oder ein Zettel, der uns sagen würde, was wir tun? Alter, hör auf dich zu Porten, erstens, zweitens, hör auf dich, immer in mir zu stehen. Mag ich nicht. Chill mal. Kann ich mich ganz konzentrieren? Ja, weil ich denke, ich habe so ab mit meiner Schönheit. Nee, aber du bist in mir drin und dann sehe ich nichts. Ich habe ja... Ich bin doch hingekommen. Okay, darf ich mich nachher schnell zu dir Porten? Nachher. Und du musst dich jetzt auch Porten, nee. Weil ich versuche einen Sprung zu machen. Ich bin hinter dir. Ich mache jetzt einen Sprung, und... Okay. Warte, warte, bleib du, wo du bist. Ich mache jetzt auch. Ist so einfach. Ja, ich habe vorher irgendwie nicht geschafft. Aber wir haben es gefunden. Hier geht es runter. Also, er ist uns... Seine Betracht. Wir sind wieder ganz unten... Danke. Jetzt können wir hier wieder hoch. So voll toll... Echt, oder? nicht doch wir können wir hoch oder nicht oder doch er kann hoch doch für die Nacht glaube ich so hoch Held in der Reimbrücke ihr könnt ja was auch ich aber ich kann nicht dafür wenn jetzt mein Kultusen doof ist uns darunter lockt hey ich will die Oben zwar ohne Tieting nur ich bin oben mit Tieting also erneut als Betrieb es war und Gott gut ich würde sagen das war viele von dieser Folge wir sind hier sind jetzt schon geblieben und dann bis zur nächsten folge und sie